Hallo, da sind wir wieder. Schön, dass ihr dabei seid. Heute gibt es nämlich eine Ankündigung, besser gesagt gleich zwei. Die erste ist, das hier wird voraussichtlich das letzte Video sein fürs erste. Die zweite Ankündigung ist aber viel cooler, denn wir haben was Neues für euch im Petto, zumindest für Baunatal und noch ein paar andere Gemeinden. Und zwar wird es ab Mai eine Kinderzeitschrift geben, die erscheint einmal im Monat und da wird dann auch sowas sein wie Bastelaktionen, Geschichten, Impulse, Sachen zum Spielen, Lieder und so weiter und so fort. Wird es da alles nimmer drin geben. Einmal im Monat kommt sie raus und die gibt es entweder für die Jungschala so frei geschickt quasi per Post oder die gibt es auch an den Kirchen zum Abholen, sag ich mal. Der ganze Spaß in einem Heft. Genau, der ganze Spaß in einem Heft pro Monat. In einem Heft ist genug drin, um den ganzen Monat durchzubasteln und alles. Und ich meine, unsere Videos sind ja trotzdem noch online, wenn ihr mal wieder Lust habt auf Martins Wecken oder was auch immer, könnt ihr da natürlich einschaffen. Genau, und wir haben jetzt seit etwas über einem Jahr diese ganze Sache am Laufen und hat uns sehr viel Spaß gemacht, uns immer was auszudenken. Aber wir freuen uns jetzt natürlich auch auf die neue Zeitschrift. Da gibt es noch mal mehr zum Ausprobieren und noch mal Sachen, die wir anders machen können. Freut euch auf jeden Fall drauf. Es geht natürlich weiter mit Angeboten und so weiter. Also da reißt nichts ab. Genau. Freut euch drauf. Alles klar. Und es geht ja immer noch voran, sagt ja auch unser Abschiedsspruch. Genau. Und zwar mit Jesus Christus. Mutig voran. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020